Mein, dein, unser. Mein, dein, 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 dein. Mein, dein, 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 dein In der Feminin, es verändert sich nur an A, dann wird es ein Problem geben. In der A. Während wir an A, es ist nicht an A, in der Mitte der A, dann wird es ein A. Und das ist ein Problem im Plural. Okay? Wir nehmen an A, und in der A, es verändert sich an A. Hier ist es ein Problem. Das ist sicher. Jetzt in der A. In der A, wir sagen uns, dass der Einige ist, der Maskelin, der Maskelin, der D. Der D. Der D. Der D. In der D. Wir haben auch ein A, 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 ein A. ein A, ein A, ein A, ein A, ein A, ein A. ein A, 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 Ich denke, dass der Art der Prozessive hat die gleiche Änderung wie Kain. Er hat die gleiche Änderung wie Kain. Ich brauche keine Bücher. Ich brauche meine Bücher. Hier ist es. Hast du eine Frage? Hast du einen? Okay.